Hi, in diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du ein E-Ticket für einen bestimmten Kunden generieren kannst und es ihm danach kostenlos zur Verfügung stellst. Zuvor musst du allerdings bereits E-Tickets für ein Produkt eingerichtet haben. Wie genau das geht, erfährst du in dem Video, das jetzt rechts oben verlinkt ist. Lass uns jetzt aber direkt loslegen. Gehe unter Berichte zu E-Tickets und wechsle hier in den Tab Freitickets. Wähle nun zunächst in dem ersten Dropdown hier das richtige Event und Datum aus. Im nächsten Feld musst du außerdem noch eine Anzahl angeben. Du kannst deinem Gast nämlich bis zu 50 Freitickets gleichzeitig ausstellen. Und abschließend brauchst du nur noch die Adresse. Gib Anrede, Name, Anschrift und Land ein. Und überlege dir, ob du die anderen Felder hier auch noch ausfüllen möchtest. Das ist nämlich nicht zwingend notwendig. Bist du zufrieden? Klicke hier auf E-Tickets erstellen. Du kannst nun die Download-Links hier oben nutzen, um sie einfach deinem Kunden zukommen zu lassen. Beispielsweise indem du ihm eine E-Mail schreibst. Möchtest du lieber, dass das Digistore24 für dich erledigt, kannst du auch einfach hierzu alle Anzeigen wechseln, hier den Filter auf Freitickets setzen und dann auf Suchen klicken, sowie zuletzt auf dieses Mail-Symbol neben all den E-Tickets, die du zustellen möchtest, zu klicken und mit Ja zu bestätigen. Dein Kunde erhält dann die E-Mails von Digistore24 mit dem E-Ticket im Anhang. Und das war's. Möchtest du noch mehr in das Thema der E-Tickets eintauchen und über erweiterte Features lernen, wirf am besten einen Blick in die jetzt eingeblendete Playlist.